hallo das ist eine testaufnahme oh mann alter ich hab grad so ein behindertes video gerät ich spiele hier gerade auf einer adventure map und es hat nicht funktioniert und jetzt habe ich einfach keinen bock mehr ich will das nicht nochmal machen stimmt die saute punkt das ist ab sofort mein aufnahmebutton entweder werde ich den nochmal raus entfernen keine ahnung mal schauen tschüss äh so ich hab jetzt die aufnahme mal kurz pausiert indem ich zwei mal auf diesen knopf gedrückt habe einmal auf den knopf gedrückt habe mal schauen was beim zweimal passiert ich glaub dann wird mal schauen ob es funktioniert